Dr. Busch Memorial ist gestartet, 1700 Meter die Distanz. Kings of Leon ist sehr gut auf die Beine gekommen, genauso wie Mythico an der Innenseite, Surin Beach an der Außenseite, dann Sagamore vor Kiro Yal, dann Lord Charming, dahinter sehen wir Domstürmer, dann ganz außen Best of Lips vor, innen galoppieren, Timotheus, Wintermond und Night Ocean zunächst einmal am Ende des Feldes. So geht es die Gegenseite hinunter, Kings of Leon zeigt also den Weg hier, führt das Feld an vor Surin Beach in zweiter Position, innen dann Mythico als drittes Pferd, dann sehen wir die Gruppe mit Kiro Yal, mit Sagamore, an der Außenseite Lord Charming, dahinter ist es dann Best of Lips, dann könnten wir Wintermond ausmachen, vor Domstürmer, vor Night Ocean und Timotheus mittlerweile letztes Pferd. Ausgangs der Gegenseite geht es mittlerweile weiter in Richtung des Schlussbogens, Kings of Leon zeigt den Weg, führt vor Surin Beach von Mythico an der Innenseite, Lord Charming segelt dort in dritter Spur, dann lässt sich Sagamore anfassen, Kiro Yal ebenfalls, dahinter Best of Lips vor Wintermond, vor Domstürmer, vor Timotheus und vor Night Ocean und so langsam geht es in die entscheidende Phase hinein im Dr. Busch Memorial, 450 Meter bis zum Zielpfosten sind das noch, Kings of Leon wird sofort attackiert, innen von Mythico, außen Surin Beach, Lord Charming und jetzt wird Best of Lips in die Entscheidung geworfen von Luca Deleuze, an der Außenseite kommt der Winterfavorit, Best of Lips außen mit Lord Charming, an der Innenseite Mythico, der Ratibor-Sieger und dann ist es Kings of Leon, der läuft ein Riesenrennen, Best of Lips gegen Mythico an der Innenseite, Best of Lips, Mythico innen, Best of Lips gewinnt für Andi Suburic und Luca Deleuze, dann war es Mythico, dann Lord Charming vor einem riesig laufenden Kings of Leon, dann Kiro Yal vor Timotheus, Surin Beach, Sagamore, Night Ocean, alle geschlagen, dann Domstürmer und letzter war Wintermond, der Winterfavorit gewinnt, Best of Lips mit Luca Deleuze. – S маленьою Buch industriat sich über den Richt groceries, der innen기 fram oder edlographie – dann Glen63 – dann rein falar 하고ıp liebend, dann kriegt countervæld und verlometer Ahlarschwerden des Erachter que caricativen undadianen. – S S IF S IS GIVE – S tiempo B – S Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020